Hallo, 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 hier ist Shoki Banuki mit Nightshift. Los geht's natürlich wie immer nach dem Intro. Moin Daniel, Daniel ist heute hier, Daniel Bach. Und meiner eine Saji, ist ja klar. Ich bin meistens da, aber wir haben heute wieder ein Thema. Alten Hoden, ähm, Altenhagen, Entschuldigung. Alten Hoden, Altenhoden kenne ich, also ist relativ nah bei mir. Ja, ist klar. Hängt ganz von dir ab. Altenhagen, Altenhagen, ja, wolltest du was erzählen? Ja, Altenhagen. Was gibt es denn in Altenhagen? In Altenhagen gibt es Dinge, das glaubt die Welt nicht. Und zwar unbemerkte Schwangerschaften. Ja, salopp gesagt. Und plötzlich lag das Baby in der Jogginghose. Das Baby lag in der Jogginghose. Wusste der Vater nicht davon oder wusste die Mutter nicht davon? Der Vater wusste sowieso nichts davon, aber die Mutter wusste auch nichts davon. Die wusste... Hä? Nicht mal die Frauenärztin wusste etwas davon. Obwohl sie einen Tag vor der Geburt nochmal neigschaut hat. Neigschaut? Ja. Wie neigschaut? Also der war zu untersuchen, aber nicht reingeschaut. Ja, keine Ahnung, die wird nicht richtig reingeschaut. Jede Frau guckt ja nicht irgendwie so, was darf man denn da graben oder so? Hat man da graben? Ja. Ach, ja, die sind ja schwanger. Die machen das ja so, die Frauen, die ziehen das ja so rein und dann machen die den Arm so hoch und dann ist ja alles aufgespannt. Wie im Zelt, ne? Du musst den Arm aber ein bisschen flach stellen. Ja, damit es nicht so spät ist. Ja, ja, so. Und dann den anderen Arm noch rein, damit sie genau... Ja, ja. Kommen wir an, das sind ja Frauenärzte eigentlich. Deswegen haben die auch alle eine Frauenarztlampe an. Weißt du, so eine Höhenforsche. Ja, genau. Was man dann auch genau sieht. Ja. Aber die Frau war ein bisschen fülliger oder was? Nein, die war nicht füllig. Aber dann sieht man es ja manchmal nicht. Ja, nee, das gesehen ist ja das eine, gemerkt ist das andere. Ja, aber die hat ja auch neun Jahre, neun Monate keine Periode gehabt. Ja, das kann ja mal, vielleicht hat sie da... Oh, ich bin ein bisschen überfällig. Ja, ich bin jetzt seit drei Jahren überfällig. Seit drei Jahren. Kann ja mal passieren. Ich habe acht Dinge, die kommen nacheinander. Aber die leben da drin, die haben sich eingerichtet. Ich habe da so ein Kinderzimmer. Ich brauche neue Möbel. Neulich war ich bei Ikea. Und die war in Altenhagen. Kann es sein, dass in Altenhagen so ein bisschen die Intelligenz-Patientenrate so ein bisschen niedriger ist? Ist mir jetzt nichts darüber bekannt. So ein bisschen die in, wie heißt das? Westerwald. Westerwald, genau. Das soll es nie sein, eigentlich, genau. Entschuldigung, ja, nee, mach das mal. Also Blutprobelie, weißt du, nee, nee, nee. So war das nicht gemeint. Die Frau hat es halt nicht gemerkt. Einen Tag vor der Geburt, übrigens, war sie nochmal bei der Frauenherzinn, weil sie über starke Schmerzen klagt. Die Frauenherzinn hat ihr dann auch nochmal ein Schmerzmittel verschrieben. Und, ja. Zum Glück hat sie nichts geraubt oder so. Wer weiß. Aber hat die Alkohol getrunken und geraubt und sowas? Nee, die hatte Kamillendampfbad getrunken. Die wusste nicht, dass man es eigentlich inhaliert. Ja, war nur... Hat geschäumt gerade. Geschäumt, ja. Ja, hat geschäumt. Das hat bei ihr bestimmt auch geschäumt, aber an der falschen Stelle. Und in Westerwald... Äh, Westerwald. In Altenhagen sind die halt ein bisschen anders gestrickt. Richtig, genau. Aber das bringt uns ja zu anders gestrickt. In der Überleitung zu unserem Produkt heute hier. Verstehst du? Füße hoch, decken und platt. Ja, genau. Hier, wir haben hier Haschés. Hasché. Hasché. Ist das von da der Spruch? Hast du Hasché in der Tasche? Hast du Hasché in der Tasche? Hast du immer was zu Nasché? Ja. Richtig. Das ist der neue Spruch von Hasché. Das ist der werbische Spruch. Hast du Hasché in der Tasche, hast du immer was zu Nasché? Ja. Ja, genau. Probier mal den Käse. Ja, das ist ein bisschen. Bin ich mal gespannt. Ist halt Pfefferminz, ne? Pfefferminz, Mintisks, nennen die das. Ja, christlich. Ja, christlich. Auf jeden Fall. Das war Schokimanuki Night Shift. War richtig lecker, das Zeug. Übel. Mit alten Hoden, alten Hagen, eigentlich im Westerwald. Westerwald. Ungewollten Schwangerschaften. Ungewollten Schwangerschaften. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Mit Schokimanuki Night Shift. Ich sag, cheerio, Miss Sophie. Oder so. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.